Moin liebe Leute! Frohe Weihnachten erstmal, wir haben den 24.12. Gestern Riesenparty bei mir mit Liveband Rubbeli Katz, war Bombe, jeder hat sich total bedankt, DJ, war auch alles super. Wir haben gefeiert, getanzt, gelacht mit ganz vielen Leuten, ganz vielen lieben Herzmenschen. Wie gesagt, gleich geht es raus, wir haben ja heute unsere Weihnachtsaktion. Es werden sich auch Leute anschließen aus meiner alten Heimatstadt Stolberg und vielleicht auch jemand aus Aachen, da bin ich noch nicht hundertprozentig sicher, dafür bedanke ich mich schon mal, dass Leute extra nach Köln kommen, um hier mitzusingen. Ja, wir werden jetzt gleich erstmal einen Kaffee trinken, wir haben halb 10 morgens, ich bin schon lange wach, seit 7 Uhr und ich glaube, ich bin erst um 33 ins Bett gekommen, aber egal. Die Videos muss ich noch zusammenschneiden, also sprich von gestern, das Video zusammenschneiden von der Party, wird nachgereicht. Heute der 24. Ich weiß noch nicht, ob da heute was rausgeht, ich werde versuchen, noch ein kleines Kurzvideo wenigstens zu machen, was wir dann heute rausschicken können. Ja, und wir sind in die Vorbereitungshandlung, das heißt, Moment, ich muss das kurz zeigen. Sex Sails, also sprich, lange Unterbuchsen, dicke Socken, Fleecejacke, ich werde gleich noch eine Jogginghose unter meine Jeans ziehen. Draußen ist beschissenes Wetter, es ist zwar 9 Grad in Köln, aber es nieselt und jeder, der weiß, wie das ist, mit Nieselklamotten dann immer wieder ins Auto rein, raus, rein, raus. Ich hoffe, wir werden das Ganze ohne eine Erkältung überstehen, egal welche Erkältung man da auch immer jetzt nehmen mag. Und ich wünsche euch allen ein gesegnetes Weihnachtsfest, feiert schön. Und wenn ihr selber ein Video dreht, weil ihr selber vor Altenheimen seid, dann schreibt mich bitte an, telegramm frank-köln mit oe. Wenn ihr das per E-Mail schicken wollt, dann kriegt ihr gerne auch mal eine E-Mail-Adresse, schreibt einfach mal irgendwie was in die Kommentare, dann können wir uns darauf einigen, irgendwie finden wir uns schon und können die Videos dann einstellen. Die kann ich auch selber noch schneiden und bearbeiten. Ich werde die dann zusammenschneiden, wenn da vier, fünf Städte kommen, dass ich irgendwas Gesamtes draus mache oder gucke dann mal. Fragt dann vorher natürlich nach, ob das so für euch auch in Ordnung ist. Ich wünsche euch was. Frohe Weihnachten!